Hallo meine lieben Digiritter, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Review zu Digimon Adventure 2020. Heute mit der heute erschienenen 32. Folge der Serie. Wie immer gilt natürlich bei der Review die Spoilerwarnung. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, für den ist diese Review, beziehungsweise meistens mehr Analyse, dann eher nichts. Und natürlich schauen wir uns am Ende dann auch die Preview für die nächste Folge an. Wer das natürlich wie immer nicht sehen möchte, der kann dann, sobald wir beim Autor angekommen sind, dann abschalten. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich dann trotzdem freuen, falls es euch gefällt, beziehungsweise ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Anfangen tut das natürlich mit dem Intro. Das gibt man wie immer durch, braucht man ja nicht nochmal zu sehen. Dann haben wir hier den Rückblick auf das, was jetzt in den letzten Folgen passiert ist. Hier haben wir einerseits die Bakemon, dann haben wir hier Mimi, TK, Matt, die alle noch unterwegs sind, alle verstreut sind. Ähm, Kari, die von Skullknightmon entführt wurde. Dann haben wir noch das vom letzten Mal mit, ähm, Lobmon kurz hier gehabt. Und dann sind wir jetzt in der aktuellen Folge angekommen. Und die Folge fängt damit an, dass TK und Patamon vor etwas weglaufen. Weil sie von etwas verfolgt werden. Und bei dem Verfolger handelt es sich um das Digimon aus der Preview. Was wir da gesehen haben. Und zwar heißt dieses Digimon Fangmon. Was ein Champion-Level-Digimon ist. Obwohl finde ich ein bisschen schade, dass es nur ein Champion-Level-Digimon ist. Weil es wurde ja in der Preview quasi als das Digimon gezeigt, was denen Probleme bereiten wird. Deswegen habe ich da zumindest mit mindestens Ultra-Level gerechnet. Aber dieses Digimon bzw. diese Digimon werden den Digi-Rittern in der Folge zumindest auch noch Probleme bereiten. Aber sie sind leider nicht der Big Bad der Folge, ähm, so wie sie eigentlich angeteasert wurden. Aber gut, die Preview hat sowieso nicht alles gezeigt, was in der Folge passieren wird. Worüber ich echt froh war, weil dadurch sind noch, oder ist zumindest eine große Überraschung, dann am Ende gekommen. Ihr wisst natürlich dann schon, was ich meine. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal die Folge weiter so durch, als wenn wir es erstmal noch nicht wissen würden. Genau, hier werden die beiden auf jeden Fall von diesem einen Fangmon verfolgt. Bis sie jetzt dann nicht mehr können, also bis sie jetzt nicht mehr wegrennen können. Und die Kay packt dann seinen Digi-Weiß aus. Patamon beginnt zu leuchten, möchte digitieren. Aber er schafft es einfach nicht. Das erklären die in der Folge dann noch damit, dass er ja immer noch seine Kraft verloren hat, die er als heiliges Digimon hatte. Beziehungsweise durch, ähm, seine ganzen Verwundungen, die er in der Vergangenheit hatte. Auch dann jetzt durch den Kampf gegen Dark Knightmon, dass er dadurch quasi das letzte seiner Kraft aufgebraucht hat und dementsprechend jetzt nicht digitieren kann. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant, dass wir wieder diese Hommage an damals, ähm, haben, wo Tikeya das einzige Digimon erstmal war, bis er das nicht digitieren konnte. Bis er dann, ähm, gegen Devimon dann so angemonten digitieren konnte. Hier ist es jetzt umgekehrt. Hier konnte er vorher digitieren. Hat aber jetzt seine Kraft verloren, um digitieren zu können. Und, ja, finde ich auf jeden Fall eine interessante Wendung. Auch wenn es jetzt, wie gesagt, ganz offensichtlich jetzt schon die letzten Folgen war, dass es eventuell, oder dass es dazu kommen wird. Aber, trotzdem, nettes kleines Detail, finde ich. Ähm, ja. Das Fengmon, ähm, springt dann Richtung Tikeya und Patamon, um die zu essen. Dann kommt aber Kommondomon dazwischen und eine Hand greift aus Kommondomon raus und rettet Tikeya und Patamon. Bei der Stimme handelt es sich dann natürlich um Sora. Sora rettet die beiden, während Tai oben auf Kommondomon drauf sitzt und den Überblick behält und Greymon, ähm, hier bereitsteht, um Fengmon abzuwehren. Dann, ähm, weil Fengmon nicht nachlässt, ähm, befiehlt Sora Bördrammon anzugreifen. Bördrammon greift dann natürlich mit dem Meteorflügel an. Aber das Fengmon ist einfach zu schnell, zu wendig und weicht dem ganz gekonnt aus. Und attackiert dann auch noch Bördrammon, was aber erstmal zu nichts großartig führt. Dann greift Greymon mit seinem Megafeuer an. Da weicht Fengmon aber auch ganz gekonnt aus. Dann, ähm, sagt Tai, dass Greymon auf seine Füße zielen muss, weil dadurch, ähm, springt Fengmon nach oben, was dann Bördrammon ausnutzen kann, um mit ihrem Meteorflügel das Fengmon zu treffen. Weil in der Luft kann man nicht ausweichen, außer man ist ein fliegendes Digimon, entweder mit Flügeln oder halt mit der Fähigkeit zu fliegen, was Fengmon offensichtlich nicht hat. Dementsprechend hat er keine Möglichkeit in der Luft auszuweichen und wird dann dementsprechend von ihren Attacken dann getroffen. Und Greymon benutzt dann noch sein Megafeuer, um Fengmon den Rest zu geben. Aber, weil wir in der Preview ja gesehen haben, dass es sich um zwei Fengmon dann später handeln wird, beziehungsweise überhaupt handeln wird, ähm, war dieses eine jetzt dann anscheinend nur eins von vielen. Es waren nicht die, die in der Folge, oder beziehungsweise in der letzten Preview dann dargestellt wurden. So, dann sind, äh, die Digi-Ritter in den, in Komondomon dann hier zusammengekommen. Wenn dann auch, beziehungsweise kontaktieren dann auch Matt. Matt fragt dann natürlich Digi-Ritter, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Ähm, Digi-Ritter sagt dann natürlich, mit ihm ist alles in Ordnung, aber Patamon ist halt erschöpft, beziehungsweise erledigt, quasi. Dazu sagen dann auch noch, ähm, Piomon und Argumon, dass, ähm, Patamon so aussieht, als ob es Schmerzen hätte. Also, und die Untertitel haben geschrieben, dass es, ähm, he looks like he's in pain, also, dass er, ja, Schmerzen hat. Ja, fand ich ein bisschen unpassend in dem Fall, weil er einfach nur aussieht, als ob er keine Kraft hätte. Aber ich kann verstehen, wo das auch herkommt. Also, die machen sich ja auch nur Sorgen. Auf jeden Fall, ähm, geht's dann auf jeden Fall weiter mit der ganzen Diskussion hier. Dann, ähm, versuchen sie, die anderen auch noch zu kontaktieren. Während sie Mimi kontaktieren, sehen wir hier, ähm, Togemon gegen Golemon kämpfen, was so ein bisschen wirkt wie ein, ja, einfach nur ein freundliches Match, weil hier die Gottsumon dann auch auf einmal sind, wo es, wo, wo auch immer die jetzt auf einmal herkommen. Und, ja, Mimi einfach nur ihren Spaß hier hat, während Togemon gegen Golemon kämpft. Also, da finde ich es echt schade, dass es hier kein Build-Up dazu gab, beziehungsweise keine eigene Folge für Mimi und, äh, Togemon. Wo man gesehen hätte, dass sie auf die Gottsumon treffen und dann vielleicht erklärt wird, dass Golemon hier alle unterdrückt und dementsprechend hat sie einen Grund, gegen Golemon zu kämpfen, weil es ja ihnen auch vorher schon Probleme bereitet hat. Aber leider haben wir hier nichts dazu bekommen. Einfach nur hier diese Situation, dass Togemon mit Mimi zusammen hier gerade gegen Grogmon kämpfen und hier einfach, ähm, die Gottsumon dann daneben stehen und sie anfeuern. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man eine eigene Folge daraus machen können, um Mimis Charakter vielleicht nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln, beziehungsweise zu vertiefen. Und im nächsten Moment, ähm, sorry, hatte was kurz im Hals, ähm, haben wir hier dann Tai, wie er versucht, Joey zu kontaktieren, aber dann sehen wir hier, dass er jetzt auf einmal aus dem Nichts ein Blossomon hier bei der heißen Quelle ist. Und, äh, Joey quasi hier an einer Ranke hat, wenn man das hier ganz kurz dann sieht. Ja. Da gab's halt auch kein Bild abzu, aber, und Joey ist hier in dem Fall auch wieder diese komplette Witzfigur, was ich halt echt schade finde. Weil Joey war eigentlich früher im Original-Adventure einfach ein Charakter, der sich halt um alle Sorgen gemacht hat, der die Verantwortung übernehmen wollte, weil er der Älteste war. Und hier wird er einfach immer weiter zur Witzfigur der Truppe gemacht. Finde ich, wie gesagt, echt schade. Und auch hier wieder schade, dass es hier keine eigene Folge gab, aber da hätte ich lieber die Folge von Mimi mit Palmon gehabt oder würde lieber eine Folge mit Mimi und Palmon haben, als jetzt das hier mit Joey und Gomamon bzw. Plossomon dann hier auch in dem Fall. Hätte aber, wie gesagt, auch eine eigene Folge sein können. Blöd nur, dass es dann hier wieder in einen Ausschnitt gemündet ist, was keinerlei Impact hat bzw. auch keinerlei Charakterfortschutz, bzw. Charakterentwicklung bei den Charakteren dementsprechend hervorrufen kann bzw. uns zeigen kann. Von daher finde ich sowas immer extrem schade. Weil das hätten halt Spotlight-Episoden werden können. Und dann werden sie von Izzy auch noch kontaktiert, der hier dann weiterhin über den Schrottplatz fliegt, während hier Tankmon müssen das sein, gegen, wie hießen denn noch mal, Dekadramon kämpfen. Warum auch immer. Das hätte auch hier eine schöne Folge werden können, wo man hier den Konflikt dann sieht zwischen Dekadramon und den Tankmon. Aber es wird halt hier alles nur dargestellt, als ob das halt wilde Digimon wären, die einfach so aus, ja, entweder zum Überleben gegeneinander kämpfen, weil selbst da hätte man was draus machen können. Oder einfach so ohne Grund halt gegeneinander kämpfen, was halt hier jetzt der Fall ist. Finde ich, wie gesagt, immer extrem schade, da hätte man sehr viel drumherum bauen können. Und wird einfach nur dazu genutzt, um Izzy zu zeigen, damit er durchgeben kann, dass sich die Situation mit der ISS, also mit dieser Weltraumstation, dass sich das jetzt ins Internet dann auch, ja, geschlichen hat und jetzt überall alles voll ist mit, ja, quasi Fake News und solchen Geschichten dann, beziehungsweise auch Theorien um das Ganze drumherum. Und, ja, dann sieht man hier noch mal die dunklen Blitze aufblitzen. Und, ja, damit endet dann auch dann die Konversation dann so im Groben und Ganzen. Also, wie gesagt, finde ich extrem schade, dass hier auch wieder die anderen Charaktere nur dazu genutzt werden, um halt zu zeigen, dass halt bei denen irgendwas passiert. Aber das hätten halt eigene Folgen sein müssen, um die Charaktere weiterzuentwickeln beziehungsweise zu vertiefen und denen eventuell vielleicht sogar Mega-Level zu geben. Na gut, kann ja noch kommen, aber, wie gesagt, finde ich ein bisschen schade, dass das aktuell so gehandhabt wird. Beziehungsweise auch schon seit Anfang so gehandhabt wird, dass die Charaktere kaum eigene Spotlight-Folgen bekommen. Die beste Folge in die Richtung, was wir bisher bekommen haben, ist meiner Meinung nach immer noch die beste Folge aus der ganzen Serie und zwar die mit Mimi am Anfang, die, was ist die 13. Folge oder so, so um den Dreh, mit dem Gardromon, wo Togemon dann zu Lillimon digitiert ist, ist immer noch meine Lieblingsfolge aus der ganzen Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hoffe mal, da kommt noch einiges dann. Nur wie es aktuell gehandhabt wird, finde ich sehr schade. Dann sehen wir hier Patamon, wie es erschöpft am Schlafen quasi ist. Dann haben wir hier plötzlich diese Angemon-Federn rumfliegen und plötzlich steht dann das Lobmon vor ihm und fängt an, mit ihm telepathisch zu reden und sagt dann solche Sachen wie, ja, das ist ja Patamon, oh heiliges Digimon, bla bla bla, du hast noch deine Aufgabe zu erfüllen. Auch wenn die Dunkelheit versucht hat, dich in dein Bann zu ziehen beziehungsweise du alle deine Macht verloren hast, besteht noch Hoffnung und zwar das Band zwischen ihm und TK. Die Hoffnung, die daraus blüht beziehungsweise entsteht, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, wird zu einer neuen Möglichkeit führen beziehungsweise neue Möglichkeiten eröffnen, um das jetzt mal so grob ins Deutsche zu übersetzen. also im Prinzip bedeutet es einfach nur dieses typische, okay, das Alte ist jetzt weg in dem Fall, aber das Neue beziehungsweise das Hier und Jetzt mit TK, die Hoffnung, was ja auch TKs Wappen ist, wird dafür sorgen, dass eine neue Kraft entsteht, um weiterzukämpfen. A.K.A. bedeutet einfach nur, dass die Hoffnung, die TK und Patamon verspüren, wird dafür sorgen, dass Patamon wieder digitieren kann, um das mal ganz grob runterzubrechen. Ja, und dann erzählt Cherubimon, beziehungsweise Lobmon dann auch noch, ja, diese ganze Geschichte, dass es hier eins dieser alten Digimon ist und dementsprechend auch nur sagen kann, dass, ja, wie gesagt, Patamon jetzt auch eine der großen Hoffnungen ist auf die Sätzen und ja, dieses bisschen typische Gefasel, was wir jetzt schon gehört haben. Interessant finde ich hier auf jeden Fall, dass Cherubimon hier mit den ganzen anderen Digimon nochmal dargestellt wird. Einmal hier mit Waldomon, was wir schon gesehen haben, dann hier mit Slash-Angemon, wo ich auch hoffe, dass das irgendwann mal in Digimon Masters Online zum Beispiel auch noch mit reinkommt und auch vielleicht noch in der Serie zu sehen ist, vielleicht noch als weiteres heiliges Digimon, was den Hintergrund erzählt beziehungsweise den vielleicht neue Möglichkeiten eröffnet, indem es vielleicht einen Teil seiner Macht an die Digi-Ritter gibt, was weiß ich. Dann haben wir hier noch einen Digimon, was in Anime-Form noch nie, abgesehen von Digimon Adventure 2020, aufgetreten ist und zwar Clavis Angemon. Ein alternatives, Angemon, auch auf dem Mega-Level, was hier einen Schlüssel hat als Waffe. Ein Schlüsselschwert quasi. Und dann haben wir hier noch die gute Variante von Meikomons Mega-Level. Raguelmon war die böse Variante. Ich meine dann, dass die gute Variante dann Razielmon war. Schön auch hier, was von diesem Digimon wieder zu sehen. Fände ich allerdings ganz nice, dann auch noch, wenn wir von den dreien dann auch noch irgendwas in Folgenform dann zu hören bekommen. Fände es schade, wenn die dann einfach hier nur als Hintergrund Informationen beziehungsweise Hintergrundcharaktere jetzt nur bleiben würden, die hier nur gezeigt werden, aber nicht eine Rolle spielen. Also da hoffe ich, dass da noch irgendwas in die Richtung dann auf jeden Fall kommen wird. Auf jeden Fall, am Ende erwacht dann Patamon aus diesem Traum dann und ja, beginnt jetzt hier im Stillen und Heimlichen nachzudenken, während TK da ist und die anderen sitzen einfach daneben und beobachten die. Dann fängt TK, weil er natürlich auch bemerkt, dass Patamon etwas bedrückt, dass er nicht mehr digitieren kann jetzt in dem Fall, dass er keine Kraft verloren hat, dann fängt TK an, eine Geschichte aus seiner Kindheit zu erzählen, als er nicht schwimmen konnte und sein Körper einfach nicht stark genug war, oder beziehungsweise ausdauernd genug war, um schwimmen zu können und dann Matt ihm immer wieder gesagt hat, dass er eines Tages schwimmen kann und dadurch hat TK dann neue Hoffnung bekommen und hat so lange weitergemacht, bis er schwimmen konnte und auch hier wieder das symbolische Thema Hoffnung steht hier wieder ganz im Vordergrund und dadurch ja, schöpft Patamon dann zumindest ansatzweise ein bisschen auch neue Hoffnung auf die Zukunft, aber dann kommt es dann wieder dazu, dass wieder weitere Fengmon auftauchen, diesmal sind es die zwei, die man in der Preview gesehen hat, die die beiden, die die Truppe jetzt hier verfolgen, Kommondomon nimmt dadurch erstmal Fahrt auf, um den zu entkommen, Agumon digitiert zu Greymon, hier aber nur eine ganz schnelle Digitation ohne diese aufwendige Animation und dann sehen wir hier, während hier Blitze im Hintergrund zu sehen sind, sehen wir hier oben auf diesem Felsen schattenhaft eine Figur beziehungsweise einen Digimon stehen und wenn man hier schon sieht, was das hier für Waffen und beziehungsweise Körperformen hat, wird man natürlich wissen, dass es sich dabei um Cerberusmon handelt, also Cerberusmon ist diesmal der ja quasi Big Bad der Folge, also dieses böse Digimon der Folge, was der Boss von den anderen ist, wovon wir jetzt schon sehr viele in dieser Serie hatten, auch hier wieder charakterloser ja ja Big Bad ja Monster of the Weak quasi Gegner, der allerdings kein größeres Motiv verspürt beziehungsweise kein Langzeitziel für die Digi-Ritter ist, um überwunden zu werden, sondern einfach hier wieder nur ein wegwerfbarer Charakter, der am Ende der Folge wieder leider besiegt wird. Beziehungsweise Charakter ist übertrieben, eine Figur, die am Ende einfach weggeworfen wird, weil Charakter hat dieses Digimon eigentlich nicht, außer dass er es wunder auf die Digiritter abgesehen hat. Auf jeden Fall fängt er dann auch an, die Truppe zu verfolgen und hier sieht man dann die Fangmon, die hier unten sind und Cerberusmon ist im Vergleich zu denen hier in dieser Serie ein riesiges Digimon. Teilbefehl dann Kommondo-Mon nach links auszuweichen und dieses Schema wird dann hier immer weiter fortgeführt. Nebenbei werden dann die Feng-Mon auch noch angreifen, weil muss ja auch sein, hier sieht man ja ungefähr Grey-Mon-Garuru-Mon-Größe bedeutet, wie gesagt, Cerberus-Mon ist viel, viel größer. Sie müssen ausweichen, mal wieder in der weiteren Cerberus-Mon-Attacke. Dann digitiert Biomon dann auch zu Börteramon, greift dann an und dann kommt ein sehr schönes Detail, was ich sehr interessant fand und zwar kann Cerberus-Mon die Köpfe an den an seinen Schultern, also diese Hundeköpfe, ausfahren und zum Angreifen benutzen. Das ist eine Fähigkeit, die man so in Anime bzw. Spielform meiner Meinung nach noch nie gesehen hat. Finde ich als Idee sehr interessant, dass ihm dieses Feature gegeben wurde, um ihn einfach noch stärker zu machen. Ja, und hier sieht man dann nochmal viel besser dann das, wie das dann aussieht, wenn er die dann benutzt. Blöd fand ich hier dann nur, dass er dann aus den Augen seiner beiden weiteren Köpfe dann Laserstrahlen verschießt, die sehr an dieses Höllenfeuer erinnern, aber leider nicht aus dem Mund kommen. Also ich hätte es hier besser gefunden, wenn die dann aus dem Mund dann auch dieses Höllenfeuer dann abschießen könnten, aber nicht Augenlaser. finde ich passt dann nicht so zum Digimon selber. Auf jeden Fall macht das denen hier dann noch mehr Probleme, dann ja, oh Wunder, oh Wunder digitiert dann Greymon endlich zum Metallgreymon weiter und greift dann mit Gigastorm an, aber die sind dann ungefähr auf demselben Level, was dann in einer Explosion dann mündet und ja, die beiden treffen dann aufeinander. Bördramon digitiert zu Garudamon dann weiter. Fängt dann auch an, gegen Cerberusmon zu kämpfen, aber hier sieht man allein den Kopf von Cerberusmon und hier Metallgreymon davor. Auch hier ist immer noch ein größer Unterschied zu sehen. Das ganz große Problem, was ich halt immer bei solchen Sachen dann habe, ist, wenn die Digiritter bereits die Fähigkeit haben, zum Beispiel in dem Fall halt Tai, aufs Mega-Level zu digitieren, warum nutzt man das dann in dem Fall nicht, sondern lässt das halt trotzdem so aussehen, als würden die gegen ein Ultra-Level-Digimon oder beziehungsweise gegen ein nur Ultra-Level-Digimon dann strugglen, wenn sie halt die Möglichkeit hätten, es zu besiegen. Aber gut, wir wissen natürlich den Grund, warum das gemacht wird und zwar damit jemand anderes ihn besiegen kann. Auf jeden Fall überwältigt er dann Metallgreymon und Garudamon, dann erscheinen auf einmal sehr viele Fangmon, die die Truppe dann einkreisen. So Ravid dann, während sie TK aufhelfen möchte beziehungsweise beschützen möchte, dann von einem der Angriffe getroffen beziehungsweise von einer Explosion dann getroffen, liegt dann erst mal am Boden bewusstlos. Tai wird dann auch von der Wucht einer Attacke ein bisschen runter geschleudert und ja, dann steht TK auf und schöpft quasi seine Hoffnung aus beziehungsweise Patamon erinnert sich dann an das, was Lobmon gesagt hat, dass das Band zwischen ihm und TK, die Hoffnung, die die beiden erleben werden, dann zu einer neuen Möglichkeit führen wird. Und hier sieht man dann Patamon nochmal, wie es zurückdenkt und zwar hier, als es noch Seraphimon war. Aber dann auf einmal sieht man hier dann, dass es ein bisschen rüber wechselt zu Schatten-Seraphimon, also dass es teilweise schon von der Dunkelheit in der Vergangenheit übermannt worden war und dann immer weiter zurück digitiert, dann als nächstes hier zu Magna angemon und danach dann runter zu angemon, und das war ja dann der Zustand, in dem TK beziehungsweise die anderen ihn dann gefunden haben. Dann erinnert er sich natürlich hier an die Momente, die er mit TK erlebt hat. Das Band, das die beiden jetzt verknüpft und ja, er möchte für TK dann stark sein, auch wenn er nicht zu angemon digitieren kann. unterdessen greift Cerberus-Mon immer weiter an, hat jetzt mit einem seiner zweiten Köpfe hier Kommondo-Mon geschnappt und sieht man auch hier wieder ganz deutlich, wie groß dieses Digimon einfach ist. Dann kommen die Feng-Mon hierhin, haben es dann jetzt auf TK und Sora dann abgesehen, kommen immer näher, Patamon bekommt dann seinen Kampfwillen zurück und dann fängt das Digi-Weiß an zu leuchten und Patamon beginnt zu digitieren und ich dachte in dem Moment zuerst, okay, die Hoffnung wird jetzt dafür sorgen, dass Patamon zu angemon digitieren kann. Ich habe nicht in dem Fall damit gerechnet, was jetzt dann passieren wird und zwar digitiert Patamon zu, wie man hier dann schon sieht, also hier wurde ich dann schon echt verdutzt, so einen Moment, das sieht nicht aus wie die Füße von angemon, sondern man sieht das hier dann ganz deutlich, die Form, die es annimmt, Patamon ist einfach zu Pegasus-Mon digitiert, aber nicht als Armordigitation, sondern einfach so als normale Digitation, als alternatives Champion-Level könnte man fast schon sagen oder Ultra-Level, das weiß man hier nicht, das wird hier leider nicht spezifiziert, finde ich ein bisschen schade, da hätte ich gerne noch eine Analyse vielleicht von den anderen gehabt, wo gesagt wird, dann welches Level er quasi hat, obwohl es eigentlich ein Armordigimon ist, wird hier aber leider nicht spezifiziert, also hier ist es aktuell nur als normale Digitation dargestellt, als alternative Digitation, gut, was ja natürlich die Armordigitation quasi ist, aber hier ist es explizit jetzt nicht unbedingt eine Armordigitation, aber es war auf jeden Fall eine sehr gelungene Überraschung, finde ich, weil in der Preview wurde das gar nicht angeteasert, dass Patamon zu Pegasus-Mon digitieren wird und ich habe damit nicht gerechnet, also ich dachte, da wird jetzt wieder Angemon kommen oder zumindest vielleicht ein alternatives Engel-Digimon, aber dass es Pegasus-Mon wird, was dann hier dann natürlich auch das Wappen der Hoffnung auf seiner Brust trägt, war echt eine schöne Überraschung und hat für mich die Folge gerettet, weil wenn das nicht passiert wäre, sondern Tai einfach alleine mit Sora dann Cerberus-Mon besiegt hätten, ohne dass mit Ticay und Patamon jetzt noch irgendwas passiert, dann fände ich die Folge oder hätte ich die Folge im Allgemeinen für sehr oder schlecht erklärt, weil ansonsten wäre es halt nur einfach dieses typische, okay, die Kinder werden wieder verfolgt und am Ende besiegen sie die Digimon, die sie verfolgen, was es ja jetzt im Prinzip dann auch ist, aber halt mit dem Twist, dass wir halt diese schöne Überraschung dann noch bekommen haben, was ist wie gesagt für mich dann nochmal verbessert. Ja und Pegasus-Mon schleudert dann ohne Mühe die Fang-Mon runter und beginnt dann auf Cerberus-Mon loszugehen mit Ticay zusammen. Garuda-Mon und Metal-Grey-Mon haben inzwischen die anderen Fang-Mon, die sie umzingelt hatten, besiegt. Hätte mich auch alles andere gewundert und alle drei gehen jetzt zusammen auf Cerberus-Mon los und hier sieht man dann schon wieder einen kleinen Sprung in der Animationsqualität, finde ich. Vor allem hier bei Cerberus-Mon, wie es zustürmt und jetzt sein Höllenfeuer wieder auflädt. Ähm, genau, warte mal, kam das hier schon beziehungsweise hier hat dann Pegasus-Mon eine Attacke verwendet, wo ich leider nicht mehr hundertprozentig weiß, wie die heißt. Ich würde sagen, das spielen wir dann einmal kurz ab, weil das würde ich gerne nochmal wissen, weil diese Attacke wurde in Anime-Form noch nie verwendet, beziehungsweise habe ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Genau, die heißt Rodeo-Galopp und hat hier dann zumindest jetzt aktuell den, ähm, diese Sternenflügel-Attacke von, ähm, oder Sternenregen von, ähm, Pegasus-Mon ersetzt. Hier dreht er sich einfach wie so eine Kreissäge um sich selbst herum und fliegt dann damit in Cerberus-Mon rein und zerstört damit seine beiden, ähm, Köpfe, die er an seinen, ja, ja, Arme sind das nicht an diesen, ähm, Ausfahren, ja, doch in den Sagen, was ausfahrbaren Armen hatte. Und dadurch musste Cerberus-Mon seinen Mund, äh, schließen und dadurch staut sich jetzt die ganze überschüssige Helf, ähm, Höllenfeuer-Energie in seinem Körper auf und sein Körper ist kurz davor auseinander zu brechen, aber er setzt nochmal zum Angriff an, dann kommen aber Garudamon und Metal-Graymon dazu, die dann jetzt auch alles auf Cerberus-Mon abfeuern und dann benutzt, ähm, Pegasus-Mon noch seinen heiligen Strahl, um dann, ja, nochmal in Cerberus-Mon reinzufeuern und damit ist Cerberus-Mon dann besiegt. Wie gesagt, das Ganze drumherum, wenn das mit Pegasus-Mon nicht gekommen wäre, beziehungsweise mit Padamons Digitation hätte ich die Folge, ähm, für nicht sehr gut befunden, also ich persönlich nicht, aber dadurch wurde das nochmal deutlich verbessert, auch wenn Cerberus-Mon hier wieder nur Kanonenfutter war, beziehungsweise die Fang-Mon auch, keinerlei Impact da war, außer dass, ja, jetzt Padamons so an, Pegasus-Mon digitieren kann und, ja, das war's. Mir fehlt immer noch aktuell ein Oberbösewicht, der hinter allem steht und den sie dann am Ende bekämpfen müssen, um den Ark abzuschließen. Aber ja, Pegasus-Mon ist dann hier, die Kay sitzt dann auf ihn drauf, die beiden freuen sich, die anderen natürlich auch, dann digitiert Pegasus-Mon runter zu Padamon, die beiden umarmen sich und damit endet dann auch die Folge mit diesem wunderschönen Bild. Also, wie gesagt, alles in allem, wenn, wenn dieser Reveal mit, äh, Padamon zu Pegasus-Mon nicht gewesen wäre, hätte ich die Folge, wie gesagt, für nicht besonders gut empfunden, weil's dann halt wieder dieses Typische wäre, nur, nur war's halt jetzt dann dieses Typische, okay, sie werden verfolgt von mehreren bösen Digimon, dann ist ein oberböses Digimon dabei und am Ende werden die eh besiegt, aber, ähm, so hatte die Kay zumindest einen kleinen Spotlight, auch wenn's jetzt nicht ne, ähm, Folge wie damals in Digimon Adventure mit der Stadt des ewigen Anfangs war, wo er ganz auf sich alleine gestellt war mit Padamon zusammen und dadurch sein Charakter ein bisschen vorangetrieben wurde, aber zumindest hat er hier mehr Spotlight bekommen als andere Digi-Ritter, find ich auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall ganz süß, wie's gemacht war, aber, aber ja, wie gesagt, also mein Overhaul-Fazit ist an sich keine jetzt überragende Folge, durch aber das Ganze mit Padamon und Digi-K zusammen wurde es dann doch nochmal deutlich verbessert und vor allem fand ich gut, dass in der Preview das mit Pegasusmon nicht gezeigt wurde, dementsprechend, ähm, hat das für mich dann eigentlich die Folge nochmal rausgeholt und die für mich dann nochmal ins Gute geholt, aber ja, das war's dann auf jeden Fall von der Folge und ja, jetzt gucken wir uns dann noch die Preview für die nächste Folge dann an, wer die dann jetzt nicht sehen möchte, kann dann jetzt an dieser Stelle dann abschalten, lasst aber trotzdem gerne einen Daumen nach oben da, wenn's euch soweit gefallen hat und ein Abo da, falls ihr noch nicht dabei seid und wenn ihr ein Abo da lasst, Glocke aktivieren nicht vergessen, weil das ist heutzutage auf YouTube sehr, sehr wichtig. So, dann springen wir mal in die Preview für die nächste Folge und schauen uns die dann jetzt dann noch an und die nächste Folge, da bin ich wirklich noch also deutlich gehypter, als ich auf die aktuelle Folge war, kann ich schon mal vorwegnehmen, aber gucken wir mal rein. So, hier sehen wir dann Kommondomon und sehr viele Kokuvamon, die irgendwie von den Folgen was wegfliegen. Hier sehen wir dann in Kommondomon dann die bisherige Truppe. Dann sehen wir Skullknightmon und Kari worauf ich dann wirklich gespannt bin, was dann passieren wird. Hier sehen wir Kari trotzdem lächeln, also sie ist sich nicht ihrer Lage bewusst beziehungsweise immer noch nicht bewusst, was hier vor sich geht. Dann sehen wir hier das Reittier von Skullknightmon oder Reitdigimon von Skullknightmon gegen die anderen kämpfen. Dann sehen wir hier Skullknightmon, wie es von einer dunklen Energie umströmt wird. Diese Energie wird dann in Kari reingeführt. Dann sehen wir hier Tai, wie er böse guckt und einen Schluss anscheinend irgendwie fassen möchte, seine Schwester noch mehr zu retten. Dann sehen wir hier Decay, Izzy. Hier sehen wir Tais, die jeweils wieder deutlich leuchten. Eventuell sehen wir dann wieder Wargreymon auftauchen. Und das war's. Also wie gesagt, um das ganze Dom herum mit Kari bin ich am meisten gespannt, was sie daraus dann machen werden. Also allein, ob es dann zum Kampf gegen Skullknightmon noch kommen wird beziehungsweise was da dann noch passieren wird, da wurde in der Preview jetzt noch nicht ewig viel gezeigt, aber genügend und dass ich jetzt auf die nächste Folge richtig krass gehypt bin. Dass es mit Kari endlich vorangeht und jetzt sie vielleicht ein bisschen mehr Spotlight und so bekommt als bisher nur ja, sie taucht auf, weiß keiner, hat keine Ahnung, warum sie auftaucht in der Digi-Welt dann von Skullknightmon entführt wird, ohne Grund dann auch gefragt wird beziehungsweise sie dann ihn dann fragt, ja, wo fliegen wir hin? Dann als nächstes sieht sie den Kristall von Moon Millenniummon und sagt, dass da was drunter ist, aber da wird jetzt hoffentlich dann ihre Spotlight-Folge dann zumindest kommen und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sie daraus machen werden und vor allem auch was mit Skullknightmon dann passieren wird. Also mich würde sehr stark freuen, wenn revealed werden würde oder wenn das kommen würde, dass Skullknightmon eventuell Gathomon ist in halt einer schon bösen Digitation, wo sie jetzt dann zum Guten dann eventuell gewendet wird, aber dann würde ich es dann gerne so haben, dass sie es eventuell wie bei Patamon dann lösen würden, dass sie vielleicht dann auch keine Kraft erstmal hat, um so Angewomon zu digitieren und eventuell dann auf Nefertimon zurückgreifen muss. Wäre auf jeden Fall ganz schön, würde ich mich drüber freuen, aber auch aber mal sehen, mal sehen, wie sie es handhaben werden. Da bin ich wie gesagt sehr gespannt darauf und die Preview hat mich sehr gehypt, dass es da endlich mal vorangeht. Aber ja, das war es dann auch auf jeden Fall endgültig von der Review diese Woche. Wie gesagt, ich hoffe es hat euch gefallen. Diesmal deutlich kürzer als beim letzten Mal und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann spätestens in einer Woche dann wieder, auch wenn ich mich natürlich immer drüber freue, wenn ihr auch bei den anderen Sachen, die ich hochlade, reinschaut. Und dann würde ich sagen, sie machen uns dann beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.